Was? Ich habe eine Erziebniskarte und endlich habe ich die wieder. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir sofort auch jetzt einen Kampf, weil wenn ich es verliere, dann bin ich sofort wieder in Arena 3. Oder? Ich weiß nicht, war das nicht früher so? Oder bin ich dann erst wieder ab 6 von der Pokale da? Okay, lol. Ja gut. Egal, auf geht's, kämpfen. Und ja, das erste glaube ich mal, also das erste, also der erste Kampf mit der Lakaienhorde. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das wieder schaffe wie früher. Okay. Oh. Oh nein, das geht klar. Ähm, der ist nicht schlecht, scheiße. Okay. Der wird ja bestimmt irgendwas machen gegen jetzt. Ja. Ja, scheiße. Okay, das war, das war jetzt gar nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut. Okay. Erstmal kommt das komische Riesenskelett wegmachen. Und. Oh. Hm. Okay. Ähm. Scheiße. Okay, der ist Level 5 und ich bin Level 6. Okay. Oh. Okay. Hm. Der scheint nicht schlecht zu sein. Hm. Hm. Okay. Okay. Okay, okay. Ah, scheiße. Der ist nicht schlecht. Okay. Vielleicht bekomme ich den Turm jetzt. Ja. Okay, okay. Der Turm ist schon mal da. Okay, jetzt komm. Jetzt kontern. Jetzt komm, kontern. Ah, scheiße. Hm. Mist. Aber ich hab wenigstens schon mal einen Turm. Okay, der auch gleich. Aber. Egal. Egal. Hauptsache, ich hab einen Turm jetzt. Ist schon wieder diese Aufnahme. Boah. Okay. Ich würde wieder die Beine machen jetzt. Aber dann wird er wieder mit Pfeilen kommen. Egal. Scheiß drauf. Hm. Ja. Ach komm, Digga. Komm. Komm. Immer diese scheiß Sklette. Ja, super. Aber. Die sind jetzt tot. Hm. Das ist nicht gut. Der Turm. Ja, der hat jetzt einen Turm. Ne. Noch nicht. Noch nicht. Aber jetzt. Leute. Ich hab auch gerade die Aufnahme gestoppt. Sorry. Scheiße. Da haben wir jetzt gar nicht mal gerechnet. WTF. Ich bin irgendwie auf dem Knopf draufgekommen. Ich glaub ich muss da mal gleich irgendwo anders hin machen. Ja. Der fuckt ab der Knopf. So jetzt. Ach komm. Ach ganz ehrlich. Ist ein schlechter Scherz. Ganz ehrlich. Ja. Super. Der Turm ist weg. Schon wieder. Ey. Wartet mal ganz kurz. So. Ich bat mir das da oben hin. Alter. Das kann doch deren Ernst sein. Ist das einfach. Alter. Diese Valkyre. Boah. Diese Valkyre. Alter. Ja. Alles wieder tot. Na. Super. Genau. Klar. Sicher. Immer gerne. Digga. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Oh. Es geht aber richtig drauf da. Okay. Boah. Dieser Kampf. Ey. Scheiße. Ja. Super. Super. Scheiße. Oh. Scheiße. Scheiße. Bitte nicht verlieren jetzt. Ich hab keinen Bock. Die Kampf zu verlieren. Ah. Nein. Jetzt hab ich die da gesetzt. Okay. Ähm. Boah. Scheiße. Alter. Was ist das denn für ein Kampf? Hm. Hm. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Du. 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 Einfach verteidigen. Egal dann. Oh. Ja. Scheiße. Scheiße. Ich glaub da gewinn ich nix mehr. Da mein einfaches Unentschieden raus. Ist mir jetzt. Anders geht's nicht mehr. Der. Der ist so stark der Gegner. Ich weiß nicht. Der ist irgendwie stark der Gegner. Der ist richtig stark. Ohne Scheiß. Boah. Scheiße. Alter. Und der auch immer mit dem Scheiß äh. Ähm. Riesenskelett da. Alter. Das fuckt mich mal ab. Ja. Wieder alles tot. Ja. Super. Genau. Genau. Boah. Scheiße. Ich darf jetzt hoffen. Dass da jetzt. Ach. Scheiße. Ist der stark. Ist der stark. Ist der stark. 1-1 Unentschieden. Alter. Alter. Was? Was? Lol. Lol. Was war das denn? Lol. Hä? 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 Habe ich noch nie gesehen. WTF? WTF? Ist das auch neu? Was? WTF? Hä? Was? Das ist deren Ernst? Hä? Hä? Oder war das früher auch so? Ne? Ne. Hä? Da bin ich immer ein bisschen verwirrt jetzt. WTF? LOL Okay Ja Am besten wäre jetzt, wenn ich die Scheiße Scheiße Alter, was ist hier momentan mit mir los? Die Gegner sind einfach viel zu stark Die Gegner sind zu stark Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Alter Boah, leck mich Alter Die sind die stark, die Gegner Okay, komm Den tun wir jetzt nicht so machen Komm Ja Okay Okay Ich habe schon mal gut Damage gemacht Jetzt am Turm Okay Der hat den auch leichten Turm Also muss ich jetzt den anderen Turm bekommen Ich muss den anderen Turm jetzt bekommen Okay Leute Boah, was eine Aufnahme schon wieder, Alter Boah Was eine Aufnahme Und die Karten Guck mal Fünf, 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 vier Ich habe viel zu starke Karten Also Oh, 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 oh Ja, der hat den jetzt Der hat den jetzt Ja Boah, der ist so stark Der Mini-Pekka Alter Scheiße Ist doch was los hier Ist doch was los hier Ist doch was los in der Aufnahme hier Okay, jetzt muss ich einfach nach vorne gehen Schnell Ja, scheiße Ja, scheiße Alter Ist das so ein scheiß Ernst Ach komm Ja Nice Nice Glück gehabt Alter Was ist das für ein Kampf heute Nur 26 Pokale Ach komm Ach was Egal Egal Alter Was ist das heute für eine Aufnahme Ja Leute Ach Scheiße Egal Leute Das war es dann von der Vierten Folge von Clash Royale Ja Und dann würde ich sagen War es das Und dann würde ich sagen Sehen wir uns bei der nächsten wieder Haut rein Und Ciao